So, also meine lieben Hallöchen. Heute melden wir uns mal hier aus der Münchner Straße. Es ist natürlich wie immer am 1. Mai Riesenmobbetreffen. Dieses Jahr ist es nicht ganz so viel wie die Jahre davor. Liegt vermutlich auch ein bisschen an dem Wetter. Es nieselt ein bisschen. Ja, nichtsdestotrotz haben wir hier wieder einen Infostand aufgebaut an der Aral-Tanke. An der Stelle auch mal ein herzliches Dankeschön an den Frank Rückziegel, der uns das jedes Jahr ermöglicht. Bei uns gibt es wie jedes Jahr wieder Kuchen, Cupcakes, Gummibärchen. Alles gegen eine kleine Spende. Das Geld, was da heute reinkommt, das nehmen wir dann und fahren damit nächste Woche am Toyota in Erlangen mit. Und da werden wir dann auch wieder einen kleinen Betrag übergeben, so wie wir es letztes Jahr auch gemacht haben. Und ja, den Betrag kann man ja schon mal sagen, dass wir dieses Jahr 500 Euro werden, der der Toy Run von uns bekommt. Und ist eine super Sache. Vielen, vielen Dank. Und da sehen wir uns vermutlich nächste Woche Sonntag ist es, glaube ich. Sagst du, oder? Samstag. Samstag. Nächste Woche Samstag dann am Toy Run. Vielen Dank. Weg weiter. Weg weiter. Weg weiter. Weg weiter. Welcome to my kitchen. Bis zum nächsten Mal.